Mann, ich hab keine Rüstung mehr wegen euch von Idioten! Nein, Johannes! Johannes, jetzt sterb ich! Oh Mann, wenn der jetzt gestorben wäre, ich hätte so gefallen! Mann, ich hab nur Beine besährt! Wieso hast du dich regeneriert? Ich glaube, das heißt Krieg! Felix, fäng mir dabei mal in seine Bude! Während es nicht den Baum hier abfackeln! Ja, Fabian! Ich habe mehrfach gewarnt! Mehrfach! Oh Mann, warum muss ich jetzt schon ausatmen? Ja, ja, frag mich mal! Mann, du hast dich schon wieder ausatmen! Ja, ich hab dich ja nicht angezündet! Oh, du hast dich getötet! Ich hab gesagt, wer mich tötet kriegt, ich hab mich mit meiner Faust geschlagen! Ich hab gesagt, wer mich tötet kriegt dieses Mal die Rache nicht, der mich von mir aus... Ja, ich hab gedacht, du hast du regeneriert, deswegen hab ich gewartet! Ja! Ja! Deswegen hab ich auch grad noch gegessen, weil ich regeneriert hab! Hä? Ich wollte gucken, ob da was Geheimes drunter ist! Aber war nicht der Fall! Es war einfach nur Kunst! Wie geht's hier wieder raus? Alter! Ich werde verfolgt! Oh yeah! Ich werde verfolgt! Ich bin auf die meisten, weil es leeeeg! Nanananananananananananananana! Oh, ich hab Schnappel und ich sterbe! Juhu! Ich bin tot! So, okay, das war's jetzt mit der Rache! Jetzt räche ich mich nicht mehr! Oh, ist ja langweil! Du hast mich einmal getötet, wo ich 20 Level hatte und du hattest, wie du gesagt hattest, auch 20 Level, also quitt! Er kann ja auch nur lügen! Das trau ich Fabian nämlich übrigens zu, dass er nur Scheiße erzählt hat! Ja, aber ich hab nicht mehr Level 20! Muss ich auch ausgeben! Auch wenn mir die 20 Level wahrscheinlich etwas mehr weh tun, als dir! Weil ich gern frage es auch! Fabian spürt nämlich keinen Schmerz! Ja, das ist aber nicht mehr empfindlich! Deswegen tun die ihm nicht weh! Und jetzt geh einfach, Fabi! Warum denn? Ich bin nicht auf deinem Haus! Ich bin nicht in deinem Haus! Trotzdem, ich bitte dich jetzt von hier, von dieser Gegend jetzt gerade zu gehen! Ich hab keine Lust auf dich! Okay, ich gehe! Okay! Gehst du jetzt auf den Berg dort oben? Wieso denn? Wieso denn? Ich bin von deiner Gegend aus verschwunden! Können wir nicht einfach aufhören? Ich mach doch gar nichts! Ich steh doch hier nur! Ich mein, mit der Aufnahme, bevor es ausartet! Ist doch schon ausartet! Ja, in dem Moment, wo Fabi mich getwittet hat! Ja, aber bevor es weiter ausartet, können wir nicht einfach jetzt aufhören? Okay? Nein, geht noch nicht bei mir! Ich bin gerade an dabei, etwas Wichtiges zu tun! Dann sag bitte Bescheid, soweit du damit fertig bist! Weißt du, wie Hendrik auch einfach nur gesagt hat, äh, oh ja, hier und so, äh, der wird ernsthafte Konsequenzen zu spüren kriegen und dann tötet Hendrik Fabian einfach nur und macht nichts weiteres! Und dann sagt er, ja, mein Rache ist genug! Ich hab dich getötet und das war's! Ja, man darf jetzt nicht schon wieder übertreiben, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Fabis ganzes Haus zerstört hätte, dann hätte er ja mein Haus zerstört und das wäre wieder extrem ausgeartet! Und Johannes übrigens, das sollte mein Verzauberungstisch darstellen, wo denn man mal hinkommen sollte! Ach so! Ich hab noch nicht gecheckt, dass ich die ganze Zeit gemutet war! Wenig, selbst, sei leise! Nein! Ich hab mich getötet, als ich 20 Level hatte! Ich hab ihn getötet, als er ca. 20 Level hatte! Das weißt du doch gar nicht! Ich verrufe, wie das er da die Wahrheit gesagt hat! Auf jeden Fall! Fehler! Fehler! Auf jeden Fall! Ist das quasi, äh, sind wir jetzt, quasi Quid Quo Pro! Ja! Hab ich auch gesagt! Genau! Das hab ich verstanden, also von der Logik her vor allem auch! Können wir uns aufhören? Nein! Nein! Warte, warte, warte! Warte, warte, warte! Es reicht die ganze Woche! Ich möchte nicht wissen, wie lange wir ihn da aufgenommen haben! Warte, noch ein ganz kleiner Moment, wirklich! Creeper, du nährst dich gefährlich nahe meiner Treppe und meinen Kuhstall! Trotzdem möchte ich gerne wissen, wer bei mir Wasser geplantet hat! Ja, ich würde auch gerne wissen, wer das mir zugebaut hat, auch wenn ich sage, das war Felix! Ich war das aber nicht! Natürlich warst du's nicht! Siehste? Du vertraust mir und das ist gut so, weil ich's nicht war! Ich sterbe bestimmt gerade, obwohl ich nicht mehr schicke! Ich gebe euch jetzt noch zwei Minuten Zeit! Ich überlege gerade, ob ich es so beende, wie ich angefangen habe mit Stuttmann! Oder mit? Wie? In zwei Minuten will ich jetzt noch mal Stuttmann gehen! Ich will wenigstens bis zum Ende meines Ganges laufen! Äh, am Ende des Ganges! Oh, pro lo lo! Die Zuschauer kennen den Witz nicht! Natürlich! Zuschauer schreibt mir in die Kommentare, wenn er den Witz nicht versteht! Und wenn er den nicht versteht, dann guck bei Pizmit! Nö, ich hab nichts von dir aufgesammelt! Wenn er den nicht versteht, dann bin ich dumm! Ich hab' den scheiß jetzt noch eine Minute! Lass mich dann wenigstens noch in mein Haus führen! In eine Minute! Wie kann man machen, dass Mops nicht dispawn? Äh, Name-Tech geben! Ja, hab' ich nicht gehört! Wieso hast ein Baby-Zombie gefangen? Ich wollte mich mit Haus-Zombie machen! Oh, aber ein Baby-Haus-Zombie! Die Erwachsenen sind scheiße! Was ist jetzt? Oh mein Gott, ich brauch's zu trinkend essen! Ich hab' noch zwei Brot! Ich hab' nicht! Über dich, Throm! Mach' den Feld oder sowas! Ja, hab' ich ja, das wurde ja... ...abgeerntet! Das hast du aber schön ausgedrückt, lieber Hendrik! Du hast bestimmt selber abgehend, um einen von uns in die Schuhe zu schieben, um dich zu rechnen! Ja, klar! Ja, das will ich dir zu trauen! Hendrik traut euch alles zu! So, die zwei Minuten sind rum hier, Mongo-Kinder! Hendrik baut grad noch schön! Ach man, wer war das? Was denn? In meinem Strip-Mein-Gang wurde auch Wasser geplandet und nur der Idiot, der das gemacht hat, war zu dumm, um zu checken, dass ich nicht Strip-Mein war! Wahrscheinlich Hendrik, weil ich denke Hendrik... Ich war das diesmal nicht! Diesmal? Aha! Ach so, endlich, so ist das! Weißt du, weil Hendrik hatte gesagt, ach, du bist gar nicht Strip-Mein! Deswegen denke ich, dass Hendrik das war! Von mir aus, am Ende der Wolke, ich gebe zu, dass ich... Nein, 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 stopp! Du sagst nix weiter, ja, wir beenden das jetzt einfach, Punkt! Wieso hast du die Aufnahme schon beendet? Nein, habe ich nicht! Trotzdem, jetzt left it alle, damit ich sicher gehen kann, dass ich nix mehr verpasse. Okay, 3, 2, 1, jetzt! Oh mein... Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für euer... Für euer... Ach, oh, ich bin so brain of car. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt, ja, ganz einfach, jetzt Punkt und Komma. Ähm, ich hoffe, ich hab ein bisschen... wir haben euch irgendwie ein bisschen zum Lachen gebracht. Jetzt! Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, wie auch immer jetzt der Cut ist, weiß ich nicht. Also dann, tschüss! Sag tschüss! 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 Vielen Dank.